So allühen liebe Leute und weiter geht es mit Batman Arkham Asylum wo wir aufgehört haben Mann, Mann, schau mir kaputt aus Mh, dann hast du uns mal verloren, ist mir jetzt auch egal Weg hier Da ist einer, da ist einer Was? Habt ihr ihn nicht gefunden? Warum macht ihr nicht weiter? Er ist auf! Ich weiß, dass ihr wisst, dass... Perse los! Hier drüben! Komm schon, wach auf! Verdammt, er ist ohnmächtig! Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten, hört ihr! Lasst ihn hier schwer raus und findet die Fledermaus! Warte, ich geb dir Deckung Daraus reden tu ich nicht Ich will das Fache mit einer Flutwelle zerstörerischen Matsches ausgelöscht werden! Ist das zu viel Verlagen? Ja, ist es Ich weib' mich aus Blackgate, um mich in den Untergrund zu schicken Es muss einfachere Wege geben, Geld zu verdienen Der ist hier drüben! Ich werde dich töten! Warte, ich geb dir Deckung! Warte, ich geb dir Deckung! Ich will, dass du diese Typen verlässt! Sie verdanken mir nicht! Ich will, dass du diese Typen verlässt! Sie verdanken mir nicht! Ich bin bespunden! Hm-mm Gah- Wie machen wir das jetzt am blödschen, ey? Wir sind riesig, wenn wir in einer Ort packen! Bewegt euch! Mana, ich komme hin! Keine Sorge Jungs! Ihr könnt es schaffen! Ihr habt keine Chance! Ich bin sicher, es kam von da drüben. Komm schon, wo bist du? Zwei Fälle damit! Warte, ich gebe dir Deckung. Dieser Ort macht verrückte Geräusche. Ich weiß nicht, was das ist. Wir müssen hinter ihm! Ja! Die Federmausch ist für mein Geld hier! Ah! Ja, ne, die Schächte. Diesmal versage ich nicht. Na los. Kommt hier rüber! Alle! Zu mir! Du auch? Mach mir das los. Mach mir das nur immer. Was ist hier los? Seid still und such weiter. Batman, kannst du mich hören? Zeige nicht! Euch schnapp ich mir schon. Wenn die sich mal bewegen würden, ey, Wahnsinn. Was ist denn der andere jetzt? Da ist er ja. Seid ihr blind? Seht auf den Boden! Da unten ist was und das gefällt mir nicht! Du hast Joker gehört. Hab dich. L-G von mir hoch! Ich dachte, die Flittermarsch muss abhalten werden. Ackerer zu hören! Es ist nicht so, als wollten wir keinen Ausbruch. Die Artenverkehrer muss anzumischen. Die Urkaufung der Fall! Los! Schneidet mich ab, bitte! Los! Schneidet mich ab, bitte! Sieh, Batman, sieh! Sieh, Batman, sieh! Sieh, Batman, sieh! Die Flittermarsch! Dem Kirchner wurde neues Leben eingehauen! Kluge, neue Geister kamen und schworen, unsere Versprechen zu allem! Das war schon mal hier wieder. Ein Kotgerät! Wir mussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten! Und die Stadt würde es uns danken! Das ging jetzt fix! Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch zwei finden! So, das war die erste Pumpe. Was machen wir hier nochmal? Joseph hat uns geschickt, um die anderen im Raum zu unterstützen. Wo sind sie? Sollten wir nicht Waffen haben? Ich brauche keine Waffe! Ich brauche keine Waffe! Ich bin eine menschliche Waffe! Nein! Du bist ein Idiot! Und wir werden hier unten sterben! Blöch, meine Freunde! Er ist hier! Ah! Wir haben alle gefangenen. Finito mein Freund Hört ihr nicht zu? Ich sagte stopp ihn, aber er ist entkommen. Strengt euch mehr an! So, nächster Kontrollraum. Nee, von hier sind wir ja gekommen, da bin ich ja falsch. Ups. Wenn wir hier hergekommen sind. Ich glaub, hier waren wir noch nicht. Nee, das Wasser ist sauber. Dann war's da. Komm, zieh, Betsy, zieh! Wie viel bewaffnete Hammer denn? Der hielt den Kopf über und prügelte ihn windelweich. Nur einen? Hat er bezahlt? Nein, er hat alles auf der Rennbahn ausgegeben. Was? Du lässt ihn damit durchkommen? Film der Trottel aus! Simmons Der Versuch, den Strom abzustellen Lass das nicht zum! Alter! Werf ihn zu Boden und anbleib an die Klinikung! Mehr als knapp, aber geschafft! Wunder! 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 Oracle! Das ist die zweite Pumpe, die abgestellt wurde! Jetzt nur noch eine! Wunder! 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 Damit funktioniert Pumpe 3. Ich werde zur Oberfläche zurückkehren mit Ivy. Melde dich, wenn du was brauchst. Und wieder ein Upgrade. Das war jetzt einfach, muss ich sagen. Naja, mal abwarten, was in der Tür Nummer 3 handelt. Ich weiß, du bist da unten, Betz, und ruinierst meine Pläne. Bleib, wo du bist. Ich schicke einen Misswahlsbeweis nach unten. Oh, nö. Was wird das denn jetzt? Ich kann mich schon denken, was da rauskommt. Lass mich das beenden. Was wird das denn? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich werde dich alles abschauen. Das ist geklärt. Geht! Jetzt läuft er wieder mit Menschen hier umeinander, das ist aber nicht ein 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 Ah, voll erwischt. Okay, wir wissen ja jetzt, was kommt. Naja, komm du mal. Keine Ahnung, es wird hier. Au. We just do it, Batman. Ah, komm schon. Ja, 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 komm schon. Ja. 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 Ich kann es nicht mehr schlafen. Die Schmerzen sind in der Schmerzen. Ah, die haben wir gekriegt. Herrlich! Guck dir nur die Tür. Ach, guck einer an. Ja, noch eine Chronic gefunden und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Bis nach neuer Blacky, wir sind raus. Aber wenn es euch gefallen hat, abonniert, like, kommentiert. Bis zum nächsten Mal.